Die Redmobil ist volljährig geworden und hat das mit den besten Messejahren ihre Geschichte gefeiert. Mehr Aussteller als je zuvor, vor allem auch aus dem Ausland. Waren präsent und trugen damit dazu bei, die Position der Redmobil als internationale Leitmesse weiter zu stärken. Viel gab es anzuschauen, zu diskutieren und vor allem auch auszuprobieren. Mit dieser Kombination sorgte die Messe auch in ihrem 18. Jahr für viele spannende Eindrücke und Erlebnisse. Einen Schwerpunkt legten die Organisatoren in diesem Jahr besonders auf die Sicherheit von Rettern im Einsatz. Mitglieder von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sollen wieder als die elementaren Helfer gesehen werden, die sie sind. Und nicht dafür attackiert werden, dass sie Menschenleben retten. Wie lange es dauert, bis dieses Umdenken sich durchsetzt, ist zwar noch unklar, aber die Redmobil hat einen Grundstein bereits gesetzt. Mit Workshops, Fortbildungen und Podiumsdiskussionen ermöglicht sie jedes Jahr wieder eine Vernetzung des Rettungswesens. Und bietet eine Plattform für solche aktuellen Diskussionen. Austausch unter Rettern ist wichtig und wegweisend für die Zukunft des Rettungswesens. Gleichzeitig macht er aber auch einfach Spaß. Und dafür ist die Redmobil der beste Beweis. Das war's schon.